Nexonights – Die Verwandlung Immer diese Nexo-Kräfte! Hey, erfinden wir doch auch einen. Die sind doch auch nur Zauberei, oder? Wieso nicht? Aber wir brauchen Zutaten. Ja, na klar. Ich setz' unsere Monster drauf an. An die Arbeit, Leute! Ein verfallter Apfel! Schnaubhausener Schnaubklöße! Drei Jahre alter schnickender Zwiebelkäse! Flauschiges Fell vom Ohr eines Monsterarsch! Abgestandener Buddeldorfer Staffel-Schwein-Eindruck! Und runter damit! Oh nein! Das ist ein Verwandlungs-Zauberspruch! Lässt die Wirkung wieder nach? Das will ich doch hoffen! Das machen wir nie wieder! Einverstanden!